Ich lerne Deutsch. Nummer 15344 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Bildung von Kindern und Jugendlichen ist besonders wichtig, da sie in dieser Zeit werden. Wenn wir aus den Wolken der Vergangenheit heraustreten, sieht die Zukunft sonnig aus. Wenn wir aus den Wolken der Vergangenheit heraustreten, sieht die Zukunft sonnig aus. Wir sollten in Zukunft stärker darauf achten, wie sich unser Handeln auf künftige Generationen auswirkt. Wenn wir uns bald mit den neuen Vorschlägen befassen müssen, dann können wir entsprechend handeln. Meine blauen Schuhe haben schwarze Schnürsenkel. Innen sind sie orange. Ein Salat ist schnell zubereitet. Frisches Gemüse schnippeln, Dressing dazu und fertig ist die gesunde Mahlzeit. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Nach intensivem Training mache ich Entspannungsübungen. Das macht mich fit für den Arbeitstag. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das macht mich. 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 Vielen Dank.